So, hallo Leute, es ist Olle, und herzlich willkommen zurück zu Cryop4. Letztes Video habe ich hier ein Video über Coop aufgenommen. Und dieses Mal starte ich einfach mal eine Aufnahme mit, wie da halt die Kassencampation, wo wir halt, äh, aufgehört haben. Und ich hoffe, es leckt jetzt nicht, weil ich jetzt gerade nämlich mit 60 FPS aufnehme. Na ja, hoffentlich mal, ne? So, let's go. Ja, ich habe hier stehen geblieben. Ups, ich hänge fest. Ja, nur eine Laterne. Nichts gut. Nichts gut, nur eine Laterne, nicht gut. Zack, zack. Zack. Äh. Geh weg. Geh weg. Alter. Nein, nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, gut. Tod. Tod seist du, Mensch. Nichts guter Sound. Der Sound ist nicht gut. Spritze. Spritzen, Spritzen, Spritzen. Oh, mein Gott. Hm. Geh weg. Geh weg. Stört. Okay, nachladen. Natürlich sehen wir nichts. Wir sind extra gemacht, damit man nix sieht, wenn man nachladen muss. Äh, ja, die Frames sind gerade gerade voll zusammengebrochen. Die Frames sprechen generell gerade bei dieser Hände irgendwie vollkommen zusammen. Weiß nicht, wieso, aber ich versuche es in der nächsten Aufnahme zu, irgendwie zu beheben. Weil diese Ruckler nerven. Wirklich. Alter. Schreck mich doch nett. Noch einer. Oh, zwei Krabler. Nein. Verpüßt euch. Verpüßt euch. Nein. Nein. Alter. Alter. Fast wäre ich gestorben. Aber nur fast. Und jetzt auch mal spritzen. Lop. Und weiter geht's. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin, aber ist jetzt auch egal. Ah, okay, wieder hier. Ja, da wurden wir nicht weiterkamen. Aber wir haben zwei Mal ganz alleine gefunden. Das ist schon mein Vorteil. Ein bisschen Reserve. Geh mal da lang. What the fuck? Danke, Meyers. Alter, ich hab mich gerade erschrocken, ey. Kommt einfach von hinten. Baby. Oh, Spritze. Und Munition. Gut. Gut, 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 gut. Munition. Und ein Hängender an der Wand. Und nochmal Munition. Digger, wie viel kriegen wir denn? Ist hier hingeklatscht? Nee, da liegt nicht einfach so Schockern-Munition. Ich glaub, ich spring lieber hin. Das war doch so klar. Das war doch gerade so klar. Alter, Leute. Arisaka. Oh mein Gott, ich will nicht wissen, was in diesem Ländliche passiert. You're so fucked. Na, geil. Geht's nicht lang. Oh, Alter. Where are you going? Nein. Alter. Wait. Alter. Okay, links lang geh ich nicht mehr. You're so fucked. Oh, Alter. Wo steht das denn überall? Die haben das hier ganz, 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 ganz gut geregelt hier. Ich loch mal nach links. Oh mein Gott. Alter. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Oh fuck ey. Geil, geil, geil. Geschafft, 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 geschafft. Und weiter. Hallo, Packs. Chapter 6. Alter, wie viele Chapter gibt's hier denn? Die kriegen so viel Muni gerade in den Arsch geschoben. Das bedeutet nichts Gutes. Oh, wir haben eine Flashlight. Fuck, Mace, ey, das überspeichere ich ohne Cut. Ich hasse diesen Map. Wake up. Kennen wir doch irgendwo her. Das kennen wir doch schon. Wegboxen, wegboxen, wegboxen. Wegboxen, wegboxen, wegboxen. Und drüber springen. Und weiter. So. Holy fuck. Holy. Alter, 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 alter. Nein, 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 nein wegboxen 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 und rein natürlich was nachladen natürlich natürlich so nachgeladen und wieder die verschaft nutzen auf jeden fall atmosphäre ist eigentlich gut gestaltet nur schade ist irgendwie da sieht das ein kleiner back weil da die lateine leuchtet nicht aber bis unten also mit den lichtern musst du noch ein bisschen üben ich hier in alopex so ist es nicht schwer zu kriegen in einer halben stunde ist man hier fertig mit so einem net und das ist gerade nicht gruselig sondern einfach nur überleben oh mein gott 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 genau erinnert noch die scheißpistole lol hat der hat in einen michael meyer so umgebracht hast du's toll gemacht dafür kriegst du'n bock sein die fresse die fresse so und so wieder noch ein magazin und sonst nix mehr und wieder durchboxen zack 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 bam und ab die post und rein da na geil tonten nein keine tonten keine tonten keine tonten keine tonten keine tonten nein 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 keine keine assi tonten wie oft denn noch ja boxt euch mal selber kaputt genau boxt euch mal selber kaputt erlaub ich euch boxt euch oh mein gott ich bin gleich tot oh mein gott oh mein gott oh mein gott nein 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 alter fast gestorben spritze bloß die spritze nehmen bloß die spritze nehmen fast sind wir gestorben mit wegen dummheit ohne mist hier gibt es auch nichts spannendes zu erzählen ich meine wir sind einfach in irgendwelchen gummizellen müssen in welchen tonten umbringen in welche assi tonten spritze und ja ganz besonders ist es hier nicht also wie ich sagen also die kassen campaign hat nicht mal eine story also ist eigentlich langweilig keine story nicht mal was im hintergrund irgend so eine story nur hat da gerade das mails sonst gab es ja eigentlich gar nichts oh mein gott oh mein gott nochmal assi tonten nochmal assi tonten alter mein 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 weiter wahrscheinlich muss ich gleich einen cut setzen weil meine eltern noch zuhause sind und die kommen manchmal hier rein ja also mein zimmer deswegen muss ich manchmal einen cut setzen boah die faces brechen gerade voll zusammen 30 frames das ist gerade noch so ok aber es ruckelt ein bisschen das ist ziemlich nervig sack und die knarre auswählen und durch die tür noch mehr ey was ist das für ne nepp ich kann ja nuns abknallen und und die schulden nachladen nachladen so alle abgeknallt und gut nichts mehr ich nehm mal lieber oh ich hab nen glock tactical light ist nicht gar nett ich hab mir das auch gleich sack und licht an das brauchen wir auch nicht mehr die taschenlampe so spritze nehmen und wieder zur glock wechseln und rein da war doch so klar oh mein gott afraid of monsters oh mein gott wie geil oh mein gott wie geil meine lieblingswaffe in diesem spiel und ich treff natürlich nicht mit meinem lieblingswaffe so jawoll ich liebe diese knarre ich liebe diese oh gott ey ich liebe den sledgehammer oh gott er fährt hin gerade eben bisschen nix gut eine blutige tür na lecker und weiter geht's weiter geht's weiter geht's weiter geht's weiter geht's neue map chapter 7 die wien ja genau wir kriegen ne magnum geben die einfach mal die beste knarre in dieses spiel das ist unlogisch leute unlogisch da ist der doktor was sucht er da die textur hier haben die auch schlecht dekoriert mit der tür hier naja was soll man machen und vor allem man kann nicht hier durch ok ich hoffe zu kritisieren wir spielen einfach da war die tür gerade nicht gefittet ist egal ok es geht eigentlich nur um spielspaß da seht ihr die textur verband das ist aber nicht wegen dem spiel sondern wegen der map hier ist nichts läuft vor allem die türen sind so komisch gemacht oh mein alter digger guten magazin weil ich hier grad nen schuss verbrauch da war schon wieder die tür verbacken und jetzt mal ein screamer rein ey ok das war grad easy da können wir auch rein ein baby lol wo sind wir denn jetzt gelandet lol ach wir sind da jetzt gelandet da kommt ja auch durch jede tür alter ok 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 alle kühlen alle kühlen und weiter und was liegt hier eine spritze brauche ich aber gerade nichts hier waren wir doch eben gerade lol die tür sind ein bisschen verbacken habe ich nicht erwähnt nein die tür sind nicht verbacken die tür sind ok magasin 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 nicht schrottwinte inventory voll das bräuchte net dann nehme ich mal die schrottwinte ja genau zwei magazine für die magnum alter übertreib mal dinge mal dadurch das sieht nicht gut aus oder sieht das gut aus das gut aus ja sieht gut aus also das ist einfach eine map mit irgendwelchen models geklatscht also sehr atmosphärisch ist das jetzt nicht ich genieße die schlechte dekorierung der map deswegen sage ich auch sehr vieles über diese map einfach mal hier einfach ein rohr das hier in der luft oder? ja einfach ein rohr das in der luft schwebt logik map haben wir machen macht euch lächerlich wenn man schon eine kassencampaign macht dann eine richtige hier denn dann eine richtige inventory voll was ist da? ist das ein schlüssel oder so? oder wo? was gibt es denn hier so? was gibt es denn hier? hier gibt es auf jeden fall irgendwas ach komm das letzte mal fange ich mal weg back backdoor key backdoor key the track says backdoor ja dieser schlüssel wird oft benutzt weil der komplett durchblutet ist das ist etwas missbrauch ok mit dem in der jedenfalls um das haben die wenigstens hinbekommen das mit weiter hallo hallo also ich glaube hier ist abgeschmiert also wie ich gerade die ganze zeit ohne grund okay dann werde ich erstmal die aufnahme ich glaube bei euch ist jetzt schwarz naja dann bis zum nächsten part leute ich versuche dann noch mal die map noch mal komplett durchzuspielen zu einem punkt wo wir gerade waren mit dem backdoor dann versuche ich noch mal eine aufnahme zu starten dann